meine liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge rainbow six siege den team kill simulator heute mit dabei kim und chile in der tat hallo direkt schätzen oben heute wir machen drohnen attacke dabei ist stromzeug legen aber der ist nicht dabei die walküre hat er eine kamera auch ausgeschmissen kamera nummer eins sei ist er weg aber auch eine weggemacht das ist ein strom zähler ein zähler aber irgendwie alter irgendwie ja dass du komisch flackern ich bin der könig der welt und darunter hier muss irgendwo eine walküre kamera auf der seite wo hier ist offen hier oben das war so klar ich konnte nicht abrichten wo war der ja dem fenster das fenster dort direkt ich weiß ich weiß es doch geradeaus durch und das ist auf boden die kamera irgendwo war gut werden wir uns anders hatten wir schon mal den wichser wer hat denn da von unten geschossen hat die ganze zeit irgendwas von unten geschossen nein das war der säbler da der von oben nach unten geschossen hat das war der wichser wo ist denn die kamera da ist er da ist er auf der verande kann mal einer diese lautsprecher daraus machen das regt lieber auf muss mal gucken radio und so kannst du zerschießen ich halte mich daraus ich halte mich daraus keine explosion ist wo ist denn diese kamera verdammt noch mal da schön gemacht ein guter schuss und stirbt gleich leute da ist dadurch geschafft gerade eben achte da kommt einer kamera drohne noch ein bisschen zeit hast noch geradeaus oben da oben ist eine kamera 30 sekunden schade mann du einfach erschießen einfach erschießen ja da muss einfach mal wenn ich sagen dass ein bisschen lucky war von ihm aus auch ein bisschen lucky so liebe freunde haben wir denn jetzt ne ja was westen haben wir nicht westen haben wir nicht wir haben nur nord und süd und ost dieses verdammte fenster da geht mir jetzt schon wieder auf den sack die Eine Drohne. Eine Drohne habe ich. Bitch. Zwei Drohnen. Bitch, die Drohne fährt immer noch durch die Gegend. Aber du kriegst viel Schaden da. Zehn Schaden. Boah, das ist ein bisschen viel Fett, immer noch durch die Gegend. Wahrscheinlich. Hier hinten ist die Drohne, hier hinten dran. Hast du die Drohne inzwischen, diese Twitch? Ja. Ich habe sie noch etwas von dieser gewissen Twitch. Die kommen hundertprozentig direkt von hier rein. Wo? Ich bin halt welche. Termite läuft draußen. Wo? Ja, ich würde sagen, wo. Hier ist schon aufgemacht. Hier ist offen. Das wird aufgefärmen heute. Und eine Drohne ist hier irgendwo unterwegs. Woah. Twitch Drohne ist down. Sind drinne. Let's fuck. Oh fuck you. Direkt in meinem Eingang. Noch einer verletzt. Bötet die Leute, Mann. In dem Fall. Keine Kamera im Raum, das ist scheiße. Äh, Achtung, Blackbeard und Ding. Da sind welche. Da ist noch Blackbeard. Direkt auch noch draußen. Wer hat mit der Drohne? Hier, ich pinge. Da ist Blackbeard. Achtung. Habe ich. Alle drei. Aha. Du willst dich verarschen, Mann. Puh. Das war jetzt gar nicht mehr. War einmal eine Falle zugestampft. Den habe ich vorhin schon geschossen ein bisschen. Der hat ihn, glaube ich, nicht so gefreut. Bei Blackbeard habe ich ihn halb dauerne geschossen. Ach du auch. Da hat er wirklich nur noch ein paar Kratzer ausgehalten. So einmal blöd anhusten. Komm, nehmen wir den. Der fährt schon mit. Nimm doch mal das letzte Batsche. Das letzte Batsche nimmst du? Du bist ja einer. Ah nein. Das kannst du nicht bringen. Kass wird sie. Was für ein Käse? Kass wird sie. Ja, aber was für ein Käse? Ja du Käse. Was für ein Käse. Gibt die beste Sauce Bolognese. Wo sind sie, was sagt ihr? Vielleicht noch unten. Ne, wieder oben. Bolle sich schon rumsteuen. Okay. selber spot wie eben dann können wir ja hier ein bisschen spaß haben kurz geleckt und plötzlich wird geschossen die haben bei mir den boden reinforced ich war genau darüber wurdest du zerquetscht also der tat wir könnten jetzt hier auf der mann granaten ja die kann von oben reinschmeißen aber wir könnten hier auf der mann wo es hier ja an dieser großen wand er auf der gegenüberliegenden seite was darf nicht dabei schede macht schon verrückte sachen geht mich konzentrieren siehst du da was aber einer ja irgendwas ist bei mir aufgegangen hier schade man sieht ja wirklich ab und zu siehst du da einen die haben schon wieder eine waküre kamera oder so gepacet ja waküre kamera f*** wow ok was tust du ja ich bin runter gegangen man ist ja einfach bei dir ne kameras da oben war sie wo atto fenster wieder nicht gemerkt ich werde das fenster links prüfen wo wir müssen hier auf das strom drauf los schnell ja was zerstört höhn jetzt kommt einer zwei kür ist da hinten tot ne und zwei stück achtung c4 alle vier stück in dem raum drinnen ich bin tot wie das denn leute da kam der frost einfach spontan rüber gewandt und habe mich erschossen oh man schön ja hey kim willst du dich gleich in den kleinen raum in den raum rein robben dann sehen sie dich nicht aber es sofort umkämpft dann vielleicht bewegen sie sich dann komm gleich von hinten in dem raum war da vorher drinnen bei der bombe war der aus machen jetzt lang kim kameras weg kommt von außen wenn ich glaube gegenüber von dir ja da ja da ist er da ist er ist drin er ist drin er ist direkt rechts neben dir im selben raum direkt neben dir direkt neben dir kannst du dich die wand schießen das kann ich selbst jetzt auch gestorben lang was du mir im raum drinnen beim raum drinnen naja sind verschossen es bleiben noch 15 sekunden ja ach du idiot wie er sich aufregen wie brutal das immer aussieht man auf der anderen seite war alles offen ja nein er muss durch ein schild gehen oder über ein schild macht doch sinn oder ja weil wir ja nur frost gegen uns haben ne dann macht ja auch gar keinen sinn dass dahinter eine falle sein könnte ne ne definitiv nicht wollen wir noch ein mute mitnehmen Bastard ey hm ja dann müsst ihr einfach mal Tachanka nehmen was wie kommst du nur auf Tachanka Tachanka wollt ihr nie nehmen dann bin ich im Maschinengewehr ja sag ich es dann naja noch ist er halt einfach nicht gepatcht eigentlich wertlos mehr oder weniger machst du einfach zu schnell weg wir müssen den biogefahrgutbehälter schützen den raum sicher oh god wir kriegen raus oh das ist so ein scheißraum eine drohne eine drohne habe ich wow eine drohne schöner schuss ja da ist wieder nix die falle ne du bist doch ein vogel äh vogel jürgenvogel jürgenvogel blöder wir nehmen den direkten weg kommt was dran wird aufgemacht jetzt wir gehen die treppe runter da kannst du gut weg ich habe nicht großes problem hier gerade da sind zwei leute musst du aufpassen von allen seiten keine chance gab das war echt schlecht die king zander einfach mal in der runde auch mal in der letzten runde genauso die waren echt überall überall tja liebe freunde das war doch mal nicht so geil also zumindest mal ergebnis technisch trotzdem haben wir das spaß gemacht hat wenn ja lasst doch einen daumen nach oben da und wenn ihr nur auf dem kanal seid ein abo wäre ziemlich nett in diesem sinne bis zum nächsten mal und may the fun be with you